leute alles cool ich wollte euch nur sagen dass diese woche keine videos kommen weil wir haben alle drei corona und ich kann jetzt nur von mir reden mich hat es schwer erwischt ich will da gar kein urteil oder sowas oder was weiß ich hier von impfungen und sowas anfangen einfach nur sagen dass diese woche keine videos kommen uns geht schon ein bisschen besser aber es immer noch nicht 100 prozent ein bisschen auf die krankheit werden wir eingehen in den nächsten videos aber für diese woche werden keine videos kommen ihr könnt ja mal in die kommentare schreiben wenn ihr irgendwas wissen wollt darüber werden wir unser bestes tun da die fragen zu beantworten aber richtig weiter geht es erst ab nächste woche wieder gut das war es schon das wollten wir nur kurz loswerden und nicht einfach so keine videos bringen peace leute bis dann macht's gut und seid fleißig bis dann